Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier zu den Montagsvorträgen im Landesamt für Denkmalpflege begrüßen. Wir möchten Ihnen heute ein Thema näher bringen, das eher abseitig liegt zum Denkmalschutz. Heute möchten wir Ihnen den Bereich des Kulturgutschutzes näher bringen. Und ich habe meinen Kollegen Dr. Herbert Pötter gebeten, dass wir hier in einer kleinen Diskussionsrunde gemeinsam Ihnen die unterschiedlichen Aspekte vorbringen. Ich wünsche Ihnen für die kommende Stunde eine angenehme Unterhaltung. Herr Dr. Pötter, was bedeutet Kulturgutschutz? Allgemein umfasst der Begriff Kulturgutschutz alle Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut vor Beschädigung, Zerstörung, Diebstahl, Unterschlagung oder sonstigen Verlust. Das bezieht sich insbesondere auf die Verhinderung von Raubgrabungen, zum Beispiel in archäologischen Städten, Plünderungen bzw. Zerstörungen von Kulturstädten sowie Diebstahl von Kunstgegenständen aus Kirchen, Museen in aller Welt. Kunst- und Kulturgut ist keine Ware des täglichen Gebrauchs. Es sind keine austauschbaren Massenwaren, sondern es sind häufig unersetzbare Unikate, die sich nicht einfach reproduzieren lassen. Kulturgüter haben nicht nur einen Marktwert, sondern sie haben insbesondere einen ideellen Wert, der die Identität und Geschichte eines Landes widerspiegelt. Und als Kulturnation haben wir auch eine moralische Verpflichtung dazu, Kulturgut für die künftigen Generationen zu erhalten. Und deswegen ist Kunst- und Kulturgut auf unsere Hilfe angewiesen und benötigt nicht nur einen konservatrischen Schutz, sondern auch einen rechtlichen Rahmen zur dauerhaften Erhaltung. Und dies umfasst sowohl den öffentlichen wie auch den privaten Kunstbesitz gleichermaßen. Der Schutz deutschen Kulturguts gegen Abwanderung ins Ausland wurde aus diesem Grund sogar ausdrücklich im Grundgesetz verankert. Unter Artikel 73 findet sich das wieder. Also ist es damit auch sogar Verfassungsauftrag. Darüber hinaus gibt es natürlich auch internationale Abkommen, die den Bund dazu verpflichten, nicht nur das eine Kulturgut zu schützen, sondern auch das internationale, also das Kulturgut aus anderen Ländern, das sich bei uns im Land befindet, gleichermaßen zu schützen und zu dem Schutz beizutragen. Hinzu kommt, dass natürlich im Fokus das nationale, wertvolle Kulturerbe steht. Es gab immer wieder Listen, in denen festgelegt wurde, was besonders wichtig, was unverzichtbar, was für die Identität einer Nation besonders beiträgt. Das hat sich aber durchaus im Laufe der Zeit gewandelt. Der Fokus ist natürlich in den Jahrzehnten des Kulturgutschutzes immer wieder unterschiedlich gesetzt worden. Können Sie mal sagen, was vielleicht beispielsweise auf dieser Liste steht? Also gibt es Sachen, von denen ich persönlich auch vielleicht weiß, die auf so einer Liste stehen? Ein ganz prominentes Beispiel ist die Himmelsscheibe von Nebra, die ausgegraben wurde. Da wissen wir ja, das ist ja eigentlich Raubgut gewesen, im besten Sinne. Aber Gott sei Dank haben sich ja die Finder, die das ausgegraben haben, gemeldet. Und damit ist das Ganze bekannt geworden. Und das Fundgut konnte zur Verfügung gestellt werden, konnte restauriert werden. Die Fundstelle selber wurde offengelegt, wurde ausgegraben. Und das ist natürlich ein ganz zentrales archäologisches Objekt, das wirklich auch Identität Deutschlands mitspiegelt und natürlich auch gerade als Fundgut hochinteressant ist, auch international mittlerweile sehr bekannt ist. Ja, können wir vielleicht nochmal kurz ansprechen, wie Kulturgut auf diese Liste kommt? Also dieses national wertvolle Kulturgut, das in diesem Verzeichnis drinsteht, wie kommt man dazu? Vielleicht hatte ich ja selber irgendwas zu Hause, wo ich sagen könnte, das ist etwas, was vielleicht diesen Wert haben könnte. Ja, es ist so, dass die einzelnen Bundesländer einzelne Listen führen, in denen diese Güte eingetragen werden, in die Objekte eingetragen werden. Was eingetragen wird tatsächlich, was also sozusagen wertvoll oder besonders identitär für ein Land ist, das wird festgelegt durch eine Expertenkommission. Das heißt, wenn Sie meinen, Sie haben zu Hause möglicherweise, vielleicht auch aus der Familie, irgendwas vererbt bekommen, was besonders spannend ist, dann können Sie sich entsprechend melden. Und das Objekt wird gesichtet. Und wir stellen fest, ist es interessant, ist es wichtig für die Identifikation des Landes. Und dann gibt es eine Expertenkommission. Die Expertenkommission sichtet den Gegenstand und stellt dann gemeinsam fest, ob es besonders wichtig, ob es unversichtbar ist und auf diese Liste gehört. Allerdings sind die Hürden sehr hoch, muss ich dazu sagen. Also es ist nicht so, dass nur, weil vielleicht für Sie das Objekt besonders interessant ist, das Objekt auch unbedingt auf diese Liste gehört, sondern es wird schon ganz genau ausgewählt durch diese unabhängige Expertenkommission, was auf dieser Liste drauf gehört. Herr Pötter, wir haben jetzt über das Kulturschutzgesetz erstmal geredet. Wie war das denn bislang? Ist das eine ganz neue Regelung oder hat man da schon Vorläufer gehabt? Das Gesetz, das wir jetzt haben, ist ja recht neu, 2016. Aber tatsächlich ist der Kulturgutschutz in Deutschland schon fast 100 Jahre alt. Und das Interessante ist, die historischen Wurzeln des Kulturgutschutzes, die liegen in Niedersachsen und wurden ausgelöst durch die folgenschweren Ereignisse des Ersten Weltkrieges. Nach dem Ende des Kaiserreichs und der Abdankung der deutschen Fürsten im November 1918 stellte sich nämlich die Frage nach einer Enteignung oder nach Entschädigung für den Verlust der Fürstentümer. Und zwei Tage, nachdem Kaiser Wilhelm dann abgedankt hat und ins niederländische Exil gegangen ist und auf seine Krone verzichtet hatte, hat auch der Großherzog Friedrich August Oldenburg am 11. November 1918 sein Amt niedergelegt. Aus dem Großherzogtum Oldenburg wurde dann der Freistaat Oldenburg. Und während viele Landesregierungen langwierige Verhandlungen dann geführt haben mit den Fürsten über Entschädigung, Enteignung, hat man sich in Oldenburg relativ schnell geeinigt. Denn sämtliche Ländereien mit den zugehörigen Gebäuden, darunter auch das Schloss Oldenburg beispielsweise mit der Gemäldegalerie, fielen an den Freistaat Oldenburg. Und alle beweglichen Güter, darunter die Möbel beispielsweise, die Altmeistersammlung im Augusteum, also der Gemäldegalerie des 19. Jahrhunderts, die fielen tatsächlich nicht an den Freistaat, sondern die blieben im Besitz des Fürsten. Und das war natürlich eine ganz heikle Frage, es gab gleich einen Aufschrei. Die Gemäldegalerie, obwohl im fürstlichen Besitz, wurde auf den Bürgern sehr positiv wahrgenommen. Also man hat sich damit identifiziert. Die war bekannt, nicht nur in Oldenburg, sondern in ganz Deutschland. Es hat einen Riesenaufschrei da gegeben, weil die Gefahr bestand, dass diese Gemäldegalerie entsprechend verkauft werden soll. Das ist dann auch passiert. Man hat sich dann fachlichen Beistand dazu geholt, nämlich den damaligen Leiter, den Direktor der Hamburger Kunsthalle, das war Gustav Pauli, den hat man dafür engagiert. Der wurde nach Oldenburg geholt und er hat dann eine Liste, eine Verkaufsliste angelegt. Und diese Verkaufsliste ist für uns natürlich doppelt interessant. Zum einen, weil die Promenienz dargelegt wird, was sind das für Stücke. Und Gustav Pauli hat dann auch korrigiert. Er hat dann festgestellt, dass einige von den Zuschreibungen, die im 19. Jahrhundert gemacht worden sind, für die Gemälde gar nicht stimmen. Und diese Zuschreibungen wurden von einem sehr prominenten Kunsthistoriker damals gemacht, nämlich von Wilhelm Bode. Kennen wir alle als Generaldirektor der Kunstsammlung in Berlin. Der hat 1888 ein Buch veröffentlicht, ein Katalog, in dem er die Zuschreibung gemacht hat und in dem er die Gemäldegalerie beschrieben hat. Dadurch hat es nochmal zusätzlich an Prominenz gewonnen, ist nochmal bekannter geworden. Aber Gustav Pauli hat zum Teil auch gesehen, na, die Provenienz der einzelnen Gemälde, die stimmt zum Teil gar nicht und hat auch die Werte entsprechend nochmal korrigiert. Die hängen natürlich an den Künstlern. Okay, wenn ich Sie da unterbrechen darf, was bedeutet denn konkret Zuschreibung, wenn Sie jetzt diesen Begriff verwenden? Heißt das, von welchem Künstler stammt das Werk? Oder was bedeutet Zuschreibung? Es bedeutet zwei Dinge. Zum einen bedeutet das die Zuschreibung an einen Künstler, aber es ist auch die Erwerbsgeschichte eines Objektes, eines Kunstwerkes. Also wer hat es erst besessen, in welcher Galerie oder Privatbesitz hat es sich befunden und welchen Weg ist es im Laufe der Zeit gegangen. Und die Provenienz ist ja immer sehr, sehr wichtig und hat auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr an Bedeutung gewonnen, weil es natürlich nicht etwas über den Wert eines Künstlers aussagt, sondern auch über die Sammlungsgeschichte eines Kunstwerkes. Ja, die Sammlungsgeschichte ist natürlich auch ein Punkt, der ja wahrscheinlich jedem irgendwie, zumindest wenn er dann so ein bisschen die Presse verfolgt, immer so ein bisschen anfixt, weil wir ja wissen, dass in der Zeit nach der Weimarer Republik, also im Dritten Reich, ja viele Juden enteignet wurden. Es gab hier die Vermögensverwertungsstelle in Hannover, die auch Kunstwerke verwertet hatte von jüdischen Mitbürgern. Und wir wissen von den Raubzügen der Nazis in den besetzten Gebieten. Hat sich das denn auch ausgewirkt? Also wie hat sich das im Bereich des Kulturgutschutzes dann nach 1945 weiterentwickelt? Gibt es dann eigentlich eine Reaktion nach 1945, die möglicherweise schon staatliches Verhalten mit Restitution, Rückgaben von Kulturgut, sich auseinandersetzt? Also es hat ein Paradigmenwechsel gegeben, muss man deutlich sagen. Ursprünglich natürlich vor dem Krieg eben in der Reaktion auf den Verkauf der fürstlichen Gemälde dann an die Niederlande beziehungsweise an die Galerien, die dort besonders aktiv gewesen sind. Viele Gemälde befinden sich beispielsweise heute im Amsterdamer Reichsmuseum. Die sind erst mal rausgelöst aus der Sammlung. 1919 hat man eine Liste erstellt von Gemälden, die erst allgemein als wichtig erschienen. Bedeutet natürlich, was die Künstler, die Provenienz entsprechend angeht. Deswegen eben auch die Liste von Gustav Pauli, der eben da nochmal den Fokus drauf gelegt hat. 1955 ist die Situation noch nicht völlig andere. Wir haben die Schrecken des Zweiten Weltkrieges, wir haben eben entsprechend die Raubzüge der Nazis, die Enteignung, viele Sammlungen, bedeutende Sammlungen sind aus jüdischem Besitz entsprechend in alle Welt zerschreut gewesen. Und dennoch wird der Fokus 1955 bei dem Kulturgutschutz eher darauf gelegt, was ist national wertvoll. Das war eher wichtig. Und es war noch nicht die Sensibilität dafür da, nachzuvollziehen, was ist eigentlich unrechtmäßig in unseren Museen. Darauf ist eigentlich noch nicht so der Fokus gelegt worden. Das hat noch eine ganze Generation gedauert, bis 1998. Und diese Reaktion ist auch, muss man dazu sagen, nicht bei uns in Deutschland erfolgt, sondern die ist in den USA. In der Washington-Termin-Erklärung wird 1998 erfolgt. Und dort hat man genau den Finger in die Wunde gelegt. Welche Sammlungen sind unrechtmäßig entsprechend in den Museen heutzutage? Wer ist enteignet worden? Wir müssen den Fokus darauf legen, entsprechend auch die Besitzer zu entschädigen, Restitution möglicherweise zurückzuführen. Das bedeutete erstmal eine Grundlagenarbeit aufzubauen und damit erstmal auch die Provenienzforschung vor allen Dingen voranzubringen. Die Provenienzforschung ist die Grundlage für alles, für die Restitution festzustellen, was ist unrechtmäßig entsprechend erworben worden, was befindet sich heute in den Museen. Das ist eine Riesenaufgabengestellung gewesen für die Museen, weil im Grunde genommen die Provenienzforschung bisher immer nur ein Teil der Sammlungsgeschichte abgedeckt hat, aber nicht den Fokus darauf auf die Unrechtmäßigkeit, auf die Enteignung ehemals jüdischem Besitzes gelegt worden ist. Also eine neue Aufgabenstellung, natürlich auch damit verbunden, dass Stellen eingerichtet werden mussten, Kunsthistorik entsprechend sich damit beschäftigt haben, dass auch beispielsweise staatliche Stellen eingerichtet wurden in Magdeburg als Reaktion darauf, das Zentrum für Kulturgutverluste, die entsprechend mit fachlicher Unterstützung feststellen, was unrechtmäßig erworben wurde, die Provenienz genau festlegen und dabei eine große Hilfestellung insbesondere bei den Restitutionen auch bieten. Jetzt aus juristischer Perspektive heraus ist natürlich der Begriff unrechtmäßig erworben ein schwieriger Begriff, weil man natürlich sagen kann, dass ein Erwerb von Kulturgut, also einfach ein Kauf von Sachen, die möglicherweise mit einem niedrigen Preis erworben sind, immer noch rechtmäßig erworben wurden. Die Schwierigkeit, die sich aus meiner Sicht da ja immer stellt, ist, wie sind die Erwerbsumstände? Erwerbsumstände, also ist der niedrige Preis abgepresst worden? Gab es normale Verkaufsverhandlungen oder hat man einfach nur eine kleine Entschädigung gezahlt? Das spielte meines Wissens auch noch eine Rolle oder spielt auch heute noch immer so eine gewisse Rolle, dass man versucht, tatsächlich diese Erwerbsumstände noch aufzuklären, ohne zu sagen jetzt, wir unterstellen einfach erstmal die Rechtmäßigkeit des Erwerbs. Eher das Gegenteil dürfte ja wahrscheinlich der Fall sein, dass man sagt, vermutlich aufgrund der Zeitumstände dürfte der Erwerb unrechtmäßig gewesen sein. Ja. Da müssen wir, glaube ich, differenzieren. Es gibt auf der einen Seite Beschlagnahmungen, ganzer Sammlungen, da sprechen wir nicht von Erwerb, da sprechen wir nicht von Erlösen, sondern die wurden einfach einkassiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ein Punkt. Auf der anderen Seite wussten natürlich die jüdischen Mitbürger, die ihre Flucht vorbereitet haben, sie haben versucht, Kunstbesitz teilweise noch ins Ausland zu bringen und das auch zu verkaufen. Dort mag die Erwerbsgeschichte etwas anders aussehen, dass zumindest der Preis für das Kunstgut, das dort abgegeben wurde, einigermaßen auch wirklich dem Wert der Kunstgegenstände entsprochen hat. Vieles ist beispielsweise in die Schweiz auch verbracht worden damals. Aber bei den Beschlagnahmen der bedeutenden jüdischen Sammlungen können wir davon ausgeben, nein, die jüdischen Besitzer sind natürlich nicht entsprechend mit einem angemessenen Preis dafür entschädigt worden, sondern sie wurden beschlagnahmt. Das sind minimale Summen, die überhaupt dafür gezahlt worden sind. Und im Übrigen wurde auch das Geld letztendlich noch abgepresst, bevor dann die jüdischen Mitbürger dann entsprechend das Land verlassen konnten und in Exil gehen konnten. Also von einer Erwerbsgeschichte kann man da überhaupt nicht sprechen, sondern wir müssen davon ausgehen, dass der überwiegende Teil wirklich geraubt wurde, dass sie beschlagnahmt worden ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum gibt es ein neues Kulturgutschutzgesetz? Also der Weg zu einem neuen Kulturgutschutzgesetz, der zeichnete sich eigentlich seit den beginnenden 2000er Jahren ab. Eigentlich als Reflex auf die Washingtoner Erklärung, andererseits auch als Reflex darauf, dass Deutschland der UNESCO-Konvention von 1970 zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgut beitreten wollte und aus der Erfahrung heraus, dass der Handel mit geraubten Antiken, also aus dem Irak beispielsweise im Zuge des Golfkrieges, aus Syrien im Zuge des Bürgerkrieges, aber auch aus anderen Regionen, die im Prinzip quasi als Failed States gelten könnten, dass das hier in Deutschland weitestgehend ungeregelt war beziehungsweise nicht so gut geregelt war, dass man darauf effektiv hatte eingehen können. Welche Hilfsmittel hat denn die UNESCO? Wie kann denn die UNESCO eingreifen beispielsweise 1970? Ja, die UNESCO ist ja eigentlich eine Unterorganisation der Vereinten Nationen und hat selber eigentlich keine Möglichkeiten, direkt was zu machen, sondern die UNESCO vermittelt, so ähnlich wie das NLD, das mal von der Rechtsprechung als Körper ohne Arme bezeichnet worden ist, vermittelt im Prinzip den einzelnen Mitgliedstaaten die Möglichkeit, also im Prinzip bietet die Vernetzung und auch die fachlichen Informationen, koordiniert Aktionen und setzt im Prinzip auch gewisse Standards durch diese internationale Reglementierung. Das ist sicherlich der Kernbereich. Die UNESCO selber kann versuchen, über den gewissen politischen Druck auszuüben, selber aber in einzelnen Ländern Maßnahmen zu ergreifen, das ist ihr Verwert. Und wer setzt bei uns die rechtlichen Bestimmungen für das Kulturgutschutzgesetz? Wer ist dafür zuständig? Ja, aus dem Verfassungsrecht heraus setzt das der Bund, weil es diesen Verfassungsauftrag des Abwanderungsschutzes gibt und dadurch hatte man gleichzeitig gesagt, in Zusammenarbeit auch mit den übrigen Ländern der Bundesrepublik Deutschland, dass man das ergänzen wollte in einem Gesetz. Also es gab vorher drei, vier verschiedene Gesetze, die über Rückgaben, über Abwanderungsschutz und Schutz von Kulturgut in bewaffneten Konflikten sich auseinandersetzen. Das wollte man in ein Gesetz reinfassen und hat dann gesagt, auch da soll der Handel im Prinzip stärker kontrolliert werden, damit Deutschland nicht zu einer Drehscheibe des illegalen antiken Handels wird. Das müssen nicht nur unbedingt Antiken sein, das kann natürlich auch anderweitiges Kulturgut sein. Da wollte man explizit einen Pfeiler setzen und hat sich damit allerdings natürlich auch politisch positioniert. Also wir wissen aus den Diskussionen, dass der Kunsthandel selber nicht unbedingt glücklich ist über die eine oder andere Regel, aber man muss einfach sagen, sie dienen einfach zur Absicherung, dass wir diesen illegalen Handel mit Kulturgut verhindern. Häufig wird auch ins Felde geführt und das lässt sich so explizit vielleicht gar nicht unbedingt nachweisen, aber dass die Finanzierung des internationalen Terrorismus teilweise auch durch Raubgrabungen und den Verkauf von archäologischem Kulturgut in diesen Krisenländern dient. Das heißt also, dass möglicherweise wir nicht nur mit Blutdiamanten zu tun haben, sondern vielleicht auch mit Kulturgut, das halt eben tatsächlich in der Finanzierung her dazu diente, im Prinzip Personen mit Waffen auszustatten. Im Prinzip von Geldwäsche letztendlich. Geldwäsche ist sicherlich auch noch ein ganz großer Punkt, der aus meiner Sicht allerdings auch noch gar nicht ausreichend geregelt ist. Kunst und Kulturgut hat wirklich ein großes Geldwäschepotenzial, denn man muss einfach mal in der Presse verfolgen, wie sich die Preisentwicklungen darstellen und wenn ich höre, dass in Paris oder in London oder in New York bei Auktionen Millionen für einzelne Kunstwerke bezahlt werden, dann kann ich mir ausrechnen, dass die Investition von schmutzigem Geld in Kulturgut und der Weiterverkauf mit sauberen Geld dann gelingen kann und vielleicht sogar noch mit einer hohen Rendite, dann ist auch klar, dass das ein hohes Geldwäschepotenzial hat. Normalerweise sagt man immer, bei klassischen Geldwäschedelikten ist es so, dass man bei zehn unreinen Euros quasi dann einen gewaschenen Euro rausbekommt. Das ist bei Kulturgut nicht zwingend der Fall. Das heißt, ich kann mit einer günstigen Rendite es genau andersrum machen. Ich habe einen ungewaschenen Euro, der möglicherweise nachher zehn gewaschenen Euros hervorbringt. Wie kann man denn wirklich direkt zugreifen? Wir haben über Krisengebiete gesprochen, Syrien, Irak beispielsweise. Dort werden illegale Ausgrabungen gemacht, dort werden auch Zerstörungen gemacht, leider. Und zum Teil gelangt das Kulturgut, gerade Antiken, ja Richtung Europa, Richtung Deutschland. Wo haben wir denn den Zugriff? Wo können wir denn direkt verhindern, dass illegale Kulturgüter Antiken hier in Deutschland entsprechend in den Kunsthandel gelangen? Das ist sicherlich die schwierigste Angelegenheit überhaupt, weil wir ja auf den internationalen Handel angewiesen sind. Wir haben, was bestimmte Krisengebiete angeht, Embargo-Verordnungen. Das heißt also, für Syrien und für den Irak gibt es Embargo-Verordnungen, die können auch für neue Krisengebiete entstehen. Diese Embargo-Verordnungen kommen aus Brüssel, von der Europäischen Union. Das heißt also, der Zoll an den Grenzen ist aufgefordert, tatsächlich Waren, die aus diesen Regionen möglicherweise stammen, zu kontrollieren und Verdachtsfälle zu melden. Und zwar werden die an die nationalen Sicherheitsbehörden gemeldet. Das heißt also, an den Grenzen, und in Deutschland gibt es eigentlich tatsächlich nur ganz wenige Außengrenzen noch. Der Rest ist ja aufgrund des Binnenmarktes und des Schengener Raumes im Prinzip dem freien Warenverkehr unterworfen. Das heißt eigentlich an den Seehäfen, an den Flughäfen, vielleicht noch zur Schweiz, dort finden dann eigentlich die Zollkontrollen statt. Das ist jetzt etwas verkürzt dargestellt, weil es auch so ist, dass auch im Inland noch Zollkontrollen stattfinden. Das heißt also, wenn möglicherweise mir ein Paket geschickt wird aus Norwegen, aus den USA, dann wird das vor Ort in den einzelnen Zollämtern kontrolliert, möglicherweise, stichprobenartig natürlich nur, weil das einfach von der Menge her viel zu viel ist. Wenn da auffällt, dass es tatsächlich sich um Kulturgut handeln könnte, das aus einem solchen Embargo-Staat stammt, dann wird das sicherlich vom Zoll aufgehalten werden. Und wir erhalten hier eine Meldung und dürfen dann einschreiten. Kommen wir vielleicht einmal zum Kulturgut, das legal verhandelt wird. 1955 haben wir ein Kulturgutschutzgesetz, aber das hat einen großen Schwachpunkt gehabt. Wir haben gerade über Schengen-Abkommen, EU-Wirtschaftsraum gesprochen, über Zollformalitäten gesprochen. Wo lag das Problem von 1955? Wo war die Lücke? Naja, 1955 als Zeitpunkt, das Kulturgutschutzgesetz bezog sich vor allen Dingen auf den Abwanderungsschutz. Und aufgrund des Abwanderungsschutzes ging es eigentlich nur darum, festzustellen, ist das Kulturgut, um das es sich jetzt dreht, etwas, was eigentlich im Land bleiben sollte. Ob das jetzt möglicherweise von einem eher niedrigeren Interesse war, ob es möglicherweise vielleicht aus einer etwas zwielichtigen Quelle stammen würde, spielte nicht unbedingt die Rolle. Wichtig war im Prinzip erstmal das Kulturgut, das aus damaliger Sicht wertvoll war, im Land zu halten. Und damit war dieses Gesetz damals natürlich nur auf diesen Bereich beschränkt. Aber der Kunsthandel hat ja, glaube ich, war ganz raffiniert und hat erkannt, Aha, wir haben da doch eine Lücke im Gesetz, wenn beispielsweise Kunst und Kultur exportiert werden sollte, ausgeführt werden sollte in die USA. Und wir haben national wertvolles Kulturgut, das ja eigentlich nicht ausgeführt werden darf. Da ist doch eine Lücke gewesen, in der man beispielsweise gesagt hat, naja, gut, wir dürfen es zwar nicht direkt ausführen, aber wenn wir den Umweg gehen, entsprechend über ein EU-Nachbarland, dann können wir es doch machen. Und als Reaktion darauf hat es ja im Kulturgutschutzgesetz entsprechend auch eine Regelung gegeben, eben entsprechend für den EU-Raum. Das heißt, wir brauchen auch Ausfuhrgenehmigungen entsprechend für Kulturgut innerhalb des EU-Raums, um eben sicherzustellen, dass eben genau beispielsweise über eine Station eben ein Zwischenhändler sozusagen im europäischen Nachbarland, nationales Kultur, wertvolles Kulturgut entsprechend hier auch verbleibt und nicht über illegale Wille dann doch noch auf dem Kunstmarkt landet. Das ist in der Tat auch ein rechtlich interessantes Problem, weil eigentlich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet sind, den freien Warenhandel in der Europäischen Union nicht zu behindern. Da gibt es nur ganz, ganz wenige Ausnahmen und in Frankreich nennt man das die Exception kulturell. Grundsätzlich kann man bei gewichtigen Rechtsgütern, wo es um Gesundheit geht, beispielsweise auch Hürden einbauen für den Handel zwischen den Mitgliedstaaten. Aber sonst ist eigentlich tatsächlich der Handel zwischen den Mitgliedstaaten verboten, Entschuldigung, frei. Man hat natürlich jetzt hier beim Kulturguthandel tatsächlich gesagt, wir dürfen keine Schlupflöcher schaffen, ansonsten hebelt man das gesamte Gesetz aus. Das heißt also, der Fokus war darauf, auch weil es um Kulturgut gehen könnte, das von nationaler Bedeutung ist, tatsächlich zu sagen, wir wollen im Prinzip erst mal eine Genehmigungshürde schaffen und dann vielleicht auch darüber hinaus noch den Handel zwar nicht zu verhindern, aber zumindest eine kleine Hürde einzufügen. Das stand schon dahinter. Und das ist auch in Ordnung, weil man im Prinzip tatsächlich gesagt hat, das ist ein gewichtiger Grund, nämlich den nationalen Schutz der Mitgliedstaaten für die Kulturgüter, das tatsächlich zu reglementieren. Wie sieht das denn aus mit dem Schutz der Kulturgüter, die sich in den Museen oder in den öffentlichen Sammlungen befinden? Dort gibt es ja auch einen neuen Standard, der durch das Kulturgutschutzgesetz eingeführt worden ist. Genau. Schwer umstritten. Ich kann mich an die Diskussion in den vorbereitenden Sitzungen erinnern, die, als dieses Gesetz diskutiert wurde, sagte man, wir brauchen einen Standard, der im Prinzip das Kulturgut, das sich schon jetzt in den kulturgutbewahrenden Einrichtungen, also klassischerweise in den Sammlungen, in den Museen, Bibliotheken, Archiven befindet, dass man da sagt, im Prinzip ist das zwar geschützt, aber es ist auch schon deshalb bedeutend, weil es halt eben eine öffentliche Sammlung darstellt, weil es für die Öffentlichkeit da ist. Und deswegen hat man dann eine zusätzliche Schutzkategorie geschaffen, die sich nationales Kulturgüter nennt. Und da muss man tatsächlich sagen, dass diese Begrifflichkeit sich in der Praxis zurzeit noch als nicht ganz so einfach handelbar, wie man das so auf Neudeutsch sagt, darstellt. Also es gelten dann etwas verschärfte Bestimmungen, was die Ausfuhr angeht. Das heißt, das muss man immer gesondert prüfen. Manchmal ist das gar nicht so klar, ob das Ganze tatsächlich eine öffentliche Sammlung ist oder möglicherweise eine nicht öffentliche Sammlung ist. Das ist tatsächlich immer vom Einzelfall abhängig. So richtig bewährt hat sich das aus meiner Sicht nicht. Aber ich denke, wir sind jetzt erst im vierten, fünften Jahr dieses Kulturgutschutzgesetzes. Das muss man noch ein bisschen abwarten. Hintergrund war doch aber auch, dass man beispielsweise Museumsgut, wenn es ins Ausland verliehen wird, dort einen zusätzlichen Rechtsstatus verleiht. Denn wenn es dort beispielsweise abhanden kommt und hier durch die heimischen Museen diese Güter zurückgefordert werden, dass man da entsprechend noch einen zusätzlichen Zugriff hat. Genau. Also im Prinzip ja, das ist richtig. Allerdings auch das hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt, diese Kenntnis von diesem zusätzlichen Schutz. Also wir selber hier als NLD sind ja auch Museumsbetreiber und in der Tat muss man sagen, leihen wir auch mal Sachen aus. Und das bedeutet grundsätzlich, dass ich auch dem Leihgeber, also nicht nur den Fall, den Sie schildern mit wir leihen ins Ausland raus, sondern wir müssen auch oder können auch dem Leihgeber die Möglichkeit geben, der möglicherweise privat uns Einzelstücke für unser Museum gibt, das ja öffentlich zugänglich ist, dass für diese Zeit dieser Leihgabe dieses Kulturgut, das wir dann ausstellen, tatsächlich als nationales Kulturgut geschützt wird und für den Fall, dass es, sei es geraubt wird oder dass wir es doch weiter ins Ausland verleihen, dass es dann diesen besonderen Schutz genießt, dass quasi die Bundesrepublik Deutschlands sich selber um Rückgabe und Rückführung kümmert. Ah ja. Genau. Gut. 2-0-Poturgut. Wer ist für den Kulturgutschutz in Niedersachsen zuständig? Ja, Niedersachsen verfolgt im Vergleich zu anderen Bundesländern einen gewissen Sonderweg. Also normalerweise ist es immer so, dass die oberste Landesbehörde für den Kulturgutschutz zuständig ist. In Niedersachsen hat man das aber aufgeteilt. Und das ist auch aus meiner Sicht ganz gut gewesen, weil man dadurch im Prinzip eine gewisse Flexibilität erzeugt hat. Man hat dadurch, dass man das etwas durchdifferenziert hat, hat man sachnäher Lösungen geschaffen, als wenn das Ganze konzentriert in einem Bereich gelagert wurde. Und das stellt sich wie folgt dar. Ja, oberste Landesbehörde für den Bereich des Kulturgutschutzes ist das Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Und zwar dort das Referat 35. Das heißt also, dort ist man dafür zuständig, dass im Prinzip Rückgabeverfahren beispielsweise durchgeführt werden. Und dass im Prinzip diese Liste, diese Länder, es ist ja eigentlich eine koordinierte Länderliste, dieses Verzeichnis des national wertvollen Kulturgutes, dafür zeichnet das Ministerium verantwortlich. Und zwar vor allen Dingen für das Kulturgut. Und es gibt auch noch etwas anderes, neben dem sogenannten sonstigen Kulturgut gibt es noch das Archivgut. Das Archivgut, das heißt alles, was in Archiven sich befindet, das wird von der Staatskanzlei betreut. Also das ist im Prinzip nochmal ein Sonderpart, weil nämlich in Niedersachsen das Landesarchiv ist im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei. Da gibt es ab und zu mal Anknüpfungspunkte, also wenn es um Bücher oder sowas geht, wo vielleicht auch mal fraglich ist, ob das Ganze eher Archivgut ist oder Kulturgut ist, dann muss man sich ein bisschen abstimmen. Wir hatten auch zwischenzeitlich mal uns ein bisschen gegenseitig konsultiert, als es um den Bestand von Briefen einer Künstlerin des 19. Jahrhunderts ging. Da muss man sich vielleicht auch ab und zu mal gegenseitig unterstützen. Aber im Kernbereich, das, was eigentlich den Kulturgutschutz in seiner Praxis eigentlich ausmacht, das macht eigentlich das Landesamt für Denkmalpflege seit 2017. Und Sie sind jetzt nicht mehr ganz so frisch, aber vielleicht können Sie mal einfach selber sagen, was Sie so typischerweise eigentlich am Tag da fabrizieren, in Anführungszeichen. Also das Kerngeschäft eigentlich meines Aufgabenbereichs ist die Genehmigung von Auswohnen. Das heißt, dass entsprechende Kunsthändler bei uns anfragen und entsprechend Kunst und Kultur gut ausführen möchten. Dafür bedarf es entsprechend Auswohlgenehmigung nach Paragraf 24. Das ist aufgeteilt einmal für den EU-Binnenmarkt und es ist einmal aufgeteilt entsprechend für die Drittländer. Meine Hauptaufgabe steht dann darin, diese Auswahlanträge zu prüfen und vor allen Dingen auch beispielsweise sozusagen das Beiblatt zu prüfen. Das heißt, Provenienz, Kaufverträge, wie ist das Kulturgut beispielsweise erworben worden? Das ist für mich ganz wichtig festzustellen, dass es sich hierbei hoffentlich dann auch nicht um illegal erworbenes Kulturgut handelt. Denn das sollte nach Möglichkeiten natürlich nicht weiter veräußert und ausgeführt werden. Das heißt, ich überprüfe das. Im Zweifelsfall hake ich auch nach bei den Kunsthändlern oder auch bei den Privatleuten, aber es sind überwiegend Kunsthändler, die das Kulturgut ausführen möchten, um entsprechend Rechnungen, Provenienzen beizufügen. Und wenn die Papiere vollständig sind, genehmige ich das Ganze. Und es sieht so aus, dass dann entsprechend mit dem Ausfuhrantrag dann entsprechend das Kulturgut ausgeführt werden darf. Das läuft dann auch, wenn es ins Ausland geht, auch über die Zollbehörden. Im Zweifelsfall bekomme ich dann entsprechend auch einen Beiblatt sozusagen der Genehmigung wieder zurück nach einiger Zeit. Wenn es beispielsweise in den USA oder so ausgeführt wird, in ein Drittland, dann weiß ich, aha, es ist also vollzogen worden. Das Kulturgut ist rechtmäßig entsprechend ausgeführt werden. Wie ist das, wenn ich da mal einhaken darf, wie ist das, wenn ich jetzt eine Stradivari habe und sage mal, ich bin in einem Orchester und ich weiß, mein Orchester ist ein gutes Orchester und ich werde morgen in New York spielen, dann vielleicht weiterfliegen nach Japan und irgendwann komme ich vielleicht wieder nach Deutschland, um dann kurze Zeit später wieder aufzubrechen ins Ausland. Also für solche Fälle, also für wertvolle Instrumente beispielsweise, gibt es spezielle Genehmigungen, Ausfuhrgenehmigungen nach Paragraf 22, dass entsprechend Musikinstrumente beispielsweise auch für längere Zeit ausgeführt werden dürfen. Das heißt, ich muss nicht für jedes einzelne Land das nachweisen, sondern das gilt dann entsprechend für die Zeit, für die ganze Zeit der Ausfuhr, sodass der Musiker entsprechend dann seine Stradivari mit ausführen darf. Das betrifft sowohl die EU, das betrifft aber auch die Drittländer entsprechend, dass es gesichert ist, dass er damit einreisen und auch wieder ausreisen darf. Dass also sozusagen das Kultur, die die wertvolle Stradivari dort nicht erworben hat oder illegal ein- oder ausführt, sondern dass er dort entsprechend zusammen mit dieser Ausfuhrgenehmigung sicher ein- und ausreisen kann. Wenn Sie mir eine Ausfuhrgenehmigung erteilen, darf ich dann im Prinzip, reicht das dann aus? Also nehmen wir mal an, ich habe vielleicht auch noch so Probleme mit, was weiß ich, ich habe einen Gegenstand, der noch Elfenbein enthält oder Schildpatt von der Schildkröte oder Krokodilleder oder sowas. Reicht das aus, wenn Sie mir die Ausfuhrgenehmigung erteilen oder brauche ich dann noch mehr? Also grundsätzlich gilt, bei den Ausfuhrgenehmigungen haben wir gewisse Kriterien. Es gibt Kategorien, nach denen wir unterscheiden und es gibt entsprechend Wert- und Altersgrenzen. Das heißt, dass man sich genau anschaut, was sind das für Objekte entsprechend. Gibt es beispielsweise Kriterien, die ausschließen, wenn es sich beispielsweise auch um Reptilien, beispielsweise Reste handelt? Dass man dort nochmal nachschauen muss, gibt es Artenschutz? Ist dort irgendetwas illegal verarbeitet worden innerhalb dieses Kunstwerkes? Darf ich das überhaupt weiter ausführen? Aber grundsätzlich gelten eben diese Bestimmungen der Kategorien und eben der Alters- und Wertgrenzen. Und danach richtet sich, ob ich überhaupt eine Ausfuhrgenehmigung bekomme. Denn ich bekomme auch häufig Anfragen von Privatleuten. Ich habe ein Objekt, das ich ausführen möchte. Brauche ich dafür überhaupt eine Ausfuhrgenehmigung? Und das ist genau entsprechend dort aufgelistet. Der Wert, Alter und vieles fällt gar nicht darunter. Es gab auch einen großen Aufschrei unter den Kunsthändlern nach dem Motto, wir haben jetzt so viel zusätzlich Papierkram zu erledigen, indem wir diese Genehmigung brauchen. Und das ist aber gar nicht unbedingt der Fall. Hinzu kommt noch, dass unterschieden wird zwischen EU-Binnenmarkt und entsprechend Drittländer, was die Wert- und die Altersgrenzen angeht. Die Altersgrenzen und die Wertgrenzen sind hier für den EU-Binnenmarkt höher als für die Drittländer. Sodass genau diese zusätzliche Hürde, die ja mit dem neuen Kulturgutschutzgesetz eingeführt worden ist, dass wir im Genehmigung innerhalb des EU-Binnenmarktes ist, eigentlich wieder ausgehebelt wird dadurch, dass viele, viele Kunstwerke gar nicht betroffen sind. Die zeitgenössische Kunst beispielsweise ist davon gar nicht betroffen, im Grunde genommen, weil wir ein Mindestalter haben und eben einen Mindestwert entsprechend, der da entsprechend die Kategorien erfüllen muss. Und davon ist die zeitgenössische Kunst gar nicht erfasst. Jetzt sind die Ausfuhranträge das Einpart. Jetzt kann es ja auch mal sein, dass im Prinzip tatsächlich dieser Fall, den wir vorhin schon mal geschildert haben, dass tatsächlich der Zoll anruft und sagt, wir haben hier was festgestellt und können Sie jetzt mal gucken, ist das Kulturgut, haben wir das unrechtmäßig angehalten oder was tun wir jetzt am besten? Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Erste wäre, wenn ich Zweifel habe, dass beispielsweise erstens etwas illegal ausgeführt wird, zweitens die zusätzlichen, die Papiere, dass die Ausfuhrgenehmigung nicht richtig gestellt worden ist oder gar nicht erst vorliegt, dann ist das Erste, was ich dann mache, in Zusammenarbeit mit den Zollbehörden eine Anhaltung zu machen. Es wird erst mal angehalten, damit wir die Möglichkeit eines Zugriffs haben. Wenn wir dann feststellen sollten, dass die Anhaltung rechtmäßig ist aufgrund der Kriterien, die beispielsweise, wie wir vorhin geschildert haben, Reptilien werden illegal ausgeführt oder aber der Ausfuhrantrag ist nicht richtig gestellt worden, dann haben wir die Möglichkeit auch einer Sicherstellung. Das heißt, dass wir entsprechend in enger Zusammenarbeit mit den Zollbehörden das Kulturgut dann entsprechend abholen, sicherstellen bei uns in der Behörde und dann schauen, wie wir weiter vorgehen. Dann wird natürlich der Kunsthändler darüber informiert, dass wir entsprechend die Güter sichergestellt werden. Und da muss genau geschaut werden, nach welchem Verfahren wir vorgehen, denn wir sind auch Ordnungsbehörde und wir schauen, ob dort möglicherweise rechtliche Schritte eingeleitet werden müssen, weil bestimmte Dinge überschritten worden sind, nicht eingehalten worden sind hinsichtlich der Ausfuhr. Es gibt ja auch noch zusätzliche Sorgfaltspflichten. Das heißt also, ich habe als Händler die Pflicht, im Prinzip vernünftige Dokumentationen anzulegen. Das heißt, wer kauft es, wo habe ich es her, was ist das alles, was ich da habe. Und haben wir da auch, oder gibt es da eine Handhabe irgendwie da vorzugehen, Kontrollen oder irgend sowas in dieser Art und Weise, was wir ja bislang noch nicht gemacht haben? Wir haben auch die Möglichkeit, wenn wir feststellen sollten, dass bei einem Kunsthändler regelmäßig Verstöße stattgefunden sind, hätten wir auch die Möglichkeit tatsächlich zu schauen, wie sozusagen die Geschäftsführung grundsätzlich den Kunsthandel führt, handhabt. Das heißt, es gibt eine Pflicht für die Kunsthändler zu dokumentieren, über viele Jahre, wo das Kunstgut entsprechend, oder Kulturgut erworben worden ist. Es gibt also eine Dokumentationspflicht, die einzuhalten ist. Und wenn wir feststellen sollten, dass das regelmäßig dagegen verstoßen wurde, kann auch beispielsweise die Gewerbeaufsicht einschreiten. Und das möchte natürlich jeder Kunsthändler vermeiden. Also die Kunsthändler oder die Auktionshäuser, die sehen natürlich, dass sie ihre Dokumentationspflichten auch einhalten, auf jeden Fall, um genau dieser Gefahr eben zu entkommen. Ja, und zusätzlich bleibt noch die Möglichkeit, Ordnungswidrigkeiten einzuleiten und dann noch Bußgelder zu erheben. Genau, Bußgelder möchte natürlich auch niemand zahlen. Das ist natürlich auch ein Hebel, den wir als NLD, als Ordnungsbehörde immer noch haben. Genau, und das Schöne ist ja tatsächlich, dass es sich nicht um Bußgelder handelt, die jetzt klassischerweise wir aus dem Straßenverkehr kennen, zwischen 20 und 120 Euro, sondern dass es dadurch durchaus kräftig zur Sache gehen kann, mit 30.000 Euro oder 100.000 Euro als maximal. Das tut weh. Bußgelder, und das kann dann doch schon mal ganz schön wehtun. Richtig. 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 Italien nach Parma zu bekommen, das stellt sich derzeit aufgrund dieser Corona-Situation als doch relativ schwierig heraus, weil man natürlich jetzt auch nicht unbedingt den grenzüberschreitenden Verkehr dadurch befördern möchte, weil man einfach jetzt eine Münze bringt. Aber ich denke, dass sobald wir hier wieder so einigermaßen wieder geordnet agieren können, dass wir dann auch diese Münze hier nach Italien rausgeben können. Aber das ist sicherlich einer der spannenden Fälle gewesen, der auch die Gerichte zwischenzeitlich beschäftigt hatte, nämlich auf welcher Rechtsgrundlage so eine Münze herausgegeben wird an den eigentlichen Herkunftsstaat, wenn man davon überhaupt sprechen darf, beziehungsweise an den Belegenheitsstaat. Der Herkunftsstaat wäre ja das römische Imperium als solches gewesen, der ist lange, lange untergegangen und diese Münze selber ist eigentlich in Trier geprägt worden, in Augusta Treverorum. Das heißt also, theoretisch könnte man auch von Deutschland als Herkunftsstaat ausgehen, aber es ist natürlich eine römische Münze gewesen. Sie war in Parma im Museum und da gehört sie auch hin. Und deswegen wollen wir diese Rückgabe dann auch irgendwie bald Richtung Parma bewerkstelligen. Ja, es gab einen zweiten Fall, der uns auch immer noch beschäftigt. Grundsätzlich hochproblematisch ist die illegale Ausfuhr von Kulturgut aus Afrika. Wir haben eine Warnung bekommen zwischenzeitlich auch von Interpol, eine Purple Notice so genannt. Und dort wurde darauf hingewiesen, dass verstärkt mit illegalen, mit gefälschten Zertifikaten Kulturgut aus Afrika nach Westeuropa und auch in Drittländer ausgeführt wird. Und das hat uns natürlich schon im Vorfeld sensibel gemacht. Und tatsächlich haben wir den Fall gehabt, dass wir eine Anfrage hatten, die zunächst an das MWK gerichtet war. Das MWK hat uns dann entsprechend darüber informiert über diese Anfrage, einer möglichen Ausfuhr von Kulturgut aus Afrika, aus Westafrika in diesem Fall. Und dort haben wir dann Informationen bekommen, wie ist jetzt damit umzugehen. Die Anfrage sah so aus, dass wir Begleitzertifikate hatten, die haben mich stutzig gemacht. Gerade aufgrund dieser Warnung auch von Interpol, dass wir wussten, aha, die sind häufig gefälscht, die geben sich den Anschein, als wären sie offiziell, indem sie entsprechend Signaturen, Stempel, bekannter internationale Organisationen benutzen. Der ICOM, der UNESCO und sogar von Interpol selbst. Also sie sollen irgendwie offiziell aussehen, sind sie aber nicht. Und gerade aus Westafrika, das ist bekannt dafür, tauchen häufiger solche Zertifikate auf. Das hat mich natürlich besonders misstrauisch werden lassen, als ich diese ersten Zertifikate als Begleitdokumente, beziehungsweise als PDF-Dokumente sehen konnte. Ich wollte natürlich sicher gehen, dass diese Zertifikate wirklich gefälscht sind. Sind sie gefälscht, sind sie nicht gefälscht. Und daraufhin habe ich mich mit einer Anfrage entsprechend an UNESCO-Deutschland gewandt. UNESCO-Deutschland hat mich dann unterstützt dabei und hat auch bestätigt, indem sie das weitergeleitet haben an die UNESCO-Zentrale in Paris, dass es sich in der Tat um gefälschte Zertifikate handelt. Und hat also unsere Einschätzung dann eindeutig auch bestätigt. Und wir haben dann weitere Schritte eingeleitet, um dann sicherzustellen, dass dieses illegal eingeführte Kulturgut entsprechend nicht weiter veräußert wird, entsprechend und möglicherweise in Drittländer dann an Kunsthändler gelangt. Und das ist unsere Aufgabe gewesen, entsprechend als Behörde diese Kulturgüter sicherzustellen und natürlich entsprechende Rechtsschritte auch dabei einzuleiten. Verbunden damit ist, dass wir ohnehin in der gerade letzten Zeit sich die Frage stellt, wie ist umzugehen mit kolonialem Kulturgut. Das betrifft nicht nur den aktuellen Handel, wo wir eben gerade natürlich auch gerade einen Fokus darauf legen, denn koloniales Kulturgut hat enorm an Wert gewonnen auf den internationalen Kunst- und Kulturmärkten. Bei den Auktionshäusern ist ein sehr begehrtes Sammlergut gewesen und ist es auch heute noch, wird also wirklich hoch verhandelt. Aber gerade die Museen sind natürlich auch betroffen in mehrerlei Hinsicht. Zum einen ist natürlich koloniales Kulturgut, Sammlungsgut als Objekt befragt bei Ausstellungen. Das heißt, Ausstellungen werden bestückt, gehen auch ins Ausland entsprechend, müssen auch Begleitdokumente haben. Aber es stellt sich vor allem die Frage, wie sind entsprechend diese Stücke, die Objekte überhaupt, in die Sammlung gelangt. Also es ist so ähnlich wie bei der Raubkunst im Prinzip, dass man auch da fragt, wie ist die Provenienz des Objektes? Also wo kommt es her? Wie ist es quasi aus dem Ursprungsland nach Deutschland gekommen? Ich kann mich an Diskussionen über das Humboldt-Forum in Berlin erinnern, wo diese Ausstellungen und diese ethnologischen Sammlungen, die wir dort haben, tatsächlich sehr stark kritisiert worden sind dafür, dass möglicherweise hier Sachen gezeigt werden, die eigentlich unter ganz dubiosen Umständen eigentlich den damaligen Herkunftsvölkern entrissen wurden und dann nach Deutschland gekommen sind. Ja, in der Tat, das hat es mit ausgelöst. Es hat einen Paradigmenwechsel gegeben letztendlich. Früher war Provenienzforschung vor allen Dingen geknüpft mit NS-Forschung, das heißt also illegale Beschlagnahmung jüdischer Sammlungen. Das hat sich ein bisschen gewandelt, indem jetzt dieser Fokus verstärkt eben auf dem Bereich der kolonialen Kunst letztendlich liegt und dort vor allen Dingen auch geprüft wird. Das betrifft beispielsweise auch die Zentralstelle in Magdeburg für Kulturverluste, die dort jetzt auch einen Forschungsbereich mit Fokus speziell auf koloniale Kunst entsprechend auch gelegt hat. Und gerade die Provenienz festzustellen ist natürlich nicht ganz einfach, denn auf der einen Seite sind es Objekte, die im 19. Jahrhundert natürlich illegal abgepresst wurden, erworben wurden, geraubt wurden in Afrika und dann entsprechend in die Sammlung gelangt sind, durch die Familien beispielsweise, durch Erblachennachlass dann in die Museen gelangt sind. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass manche Objekte speziell für den Kunstmarkt gefertigt worden sind und dann in die Museen gelangt sind, weil die Museen natürlich Nachfragebedarf auch hatten und die sind also speziell dafür angefertigt worden. Also das ist sehr schwierig auseinanderzuhalten. Im Grunde genommen ist es ja eine relativ junge Kunst. Also es sind vor allem Objekte aus dem 19. und aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und wir können das nur gemeinsam lösen, indem wir ein enges Netzwerk aufbauen, indem wir also Spezialistenfragen mit den Museen entsprechend uns zusammensetzen, die Kuratoren und Kuratorinnen entsprechend fragen, wie verhält sich das, welche Erfahrungen gibt es hier, gibt es vergleichbare Objekte, wie sieht die Provenienzforschung in ihrem Bereich aus, gibt es Erfahrungswerte, dass sie wissen, dass möglicherweise illegal Kulturgüter eben in die Museen gelangt sind. Also das ist ein Bereich, der gerade in jüngster Zeit beackert wird und sehr aktuell ist. Naja und wir sind hier als NLD ja auch Mitglied oder beziehungsweise Kooperationspartner im Netzwerk Provenienzforschung hier in Niedersachsen und unterstützen natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen im Museumsbereich dann, falls es tatsächlich mal zu Restitutionen, zu Rückgaben kommt von Kulturgut beziehungsweise Sammlungsgut. Wir haben im vergangenen Jahr haben wir zwei Schädel, die aus ethnologischen Sammlungen zurück nach Neuseeland gingen, begleitet mit Ausfuhrgenehmigungen. Also auch dafür haben wir dann Ausfuhrgenehmigungen erteilt, wobei man hier natürlich auch nochmal eine Spezifikation hat, quasi im Hinblick auf Gebräuche, Werte dieser Herkunftsgemeinschaften. Also die Schwierigkeit war da, dass die beiden Objekte, dass im Prinzip die Herkunftsgemeinschaft das Ansehen, also das Erblicken dieser Objekte, das Wahrnehmen dieser Objekte als Tabu ansahen. Und wir haben daraufhin, weil die Ausfuhrgenehmigungen immer ein Foto enthalten müssen, die Unterlagen mit einem Deckblatt versehen, sodass im Prinzip die Ausfuhr für denjenigen, der möglicherweise aus dieser Herkunftsgemeinschaft kommt und als Zollbeamter vielleicht in Neuseeland das abfertigen hätte müssen, dass der wusste, hier ist möglicherweise ein Abbild eines Objektes drauf, dessen das für dich vielleicht einen Tabubruch darstellen könnte. Das ist in der Tat schwierig, auch für uns natürlich das im Vorfeld zu wissen. Und da sind wir dann auch im Prinzip auf den regen Austausch, auf die Hinweise von den Kollegen angewiesen. Aber das gelingt immer mehr und immer besser. Und da freue ich mich eigentlich auch schon auf die Zukunft, dass wir das eigentlich weiter so professionalisieren können. Ja, es gibt ein enges Netzwerk, muss man dazu sagen, wirklich mit den Museen, mit den Kuratoren entsprechend, dass wir zusammenarbeiten. Gerade natürlich, gerade wenn es bei menschlichen Resten, da muss man besonders, da ist eben die Übergabe einfach wichtig, zu respektieren, die besonderen Sitten, die besonderen Gebräuche und die Empfindlichkeiten natürlich auch, die mit der Übergabe solcher Objekte verbunden sind. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch Restitutionen, wo Kulturgüter beispielsweise, das sind nicht nur Kunstgegenstände, das sind auch Alltagsgegenstände, hatten wir auch den Fall, die in die USA restituiert worden sind, die wir dann begleiten, wo natürlich nachgefragt sind, es wird eine Auswirkung benötigt, wir begleiten da diesen Prozess entsprechend und arbeiten sehr eng mit den befreundeten Museen zusammen. Wir hatten noch einen Sicherstellungsfall, der sich ja im vorletzten, letzten Jahr noch hinzog. Da ging es um eine Anfrage der Türkei, die der Auffassung war, dass sich hier ein archäologisches Objekt in Niedersachsen befunden haben soll oder befindet, das aus einer Raubgrabung stammte. Und das ist, also für mich als Nicht-Kunsthistoriker ist für mich, das muss ich einfach sagen, ist dieser Bereich des Kulturgutschutzes eigentlich immer eine tolle Informationsquelle, weil man so viel Neues erfährt. Also diese Bandbreite an unterschiedlichen Kulturen, was die hervorgebracht haben und so weiter, das regt ja auch an, sich damit näher auseinanderzusetzen. Und als ich zum ersten Mal von diesem Objekt hörte, da sollte es sich um einen Kleidungsgegenstand aus Bronze handeln, war ich etwas irritiert, dass man sowas tragen konnte. Aber wie gesagt, unsere Aufgabe war es dann ja, bei diesem Handel, der ja über eine Internetplattform stattfand, da ging, da im Prinzip tatsächlich zu durchsuchen. Wir haben tatsächlich zusammen mit dem Zoll eine Durchsuchung durchgeführt, hier in Hannover, die allerdings letztlich ohne Erfolg blieb. Also hier war es wohl so, dass die Angaben zum Artikelstandort ungeklärt blieben. Also da blieben wir letztlich mit unseren Informationen, steckten wir halt eben fest. Und man muss mal einfach sagen, das gehört vielleicht auch einfach dazu, dass man möglicherweise irgendwann nicht mehr weiterkommt. Also gerade der Handel über Ebay, also der große graue Markt, ist sehr, sehr schwierig zu erfassen. Das bedeutet für meine alltägliche Arbeit auch durchaus mal Stichproben zu nehmen. Was wird gerade verhandelt? Was ist auf dem Markt? Sind das möglicherweise Namen? Sind ja letztendlich dann irgendwelche Scheinnamen von Händlern, die da auftauchen. Das sind häufig keine seriösen Händler. Und dem nachzugehen, was angeboten wird, was sind das für Objekte, wo standen die her? Zu welchen Preisen werden sie verhandelt? Ist in der Vergangenheit schon mal ein ähnliches Objekt beispielsweise dort angeboten worden? Aber das ist für uns schwierig, dem nachzugehen, weil häufig tatsächlich dann auch über Strohmänner im Ausland dann diese Objekte angeboten werden. Also wenn ein kritischer Zugriff hier erfolgt innerhalb von Deutschland oder innerhalb möglicherweise Hannovers, dann gibt es immer noch möglicherweise für die Ebay-Händler die Möglichkeit, über das europäische Ausland entsprechend über andere Zwischenhändler dort auch Dinge zu veräußern. Also der Zugriff ist sehr schwierig. Für uns bedeutet das aber trotzdem, dass wir regelmäßig Stichproben nehmen müssen, um im Zweifelsfall dann auch einmal zuzugreifen oder eine Sicherstellung möglicherweise durchführen zu können. Herr Dr. Pütter, wenn ich jetzt als Laie sage, ich will mehr wissen, ich will mich informieren, wo kriege ich Formulare her und so weiter, wo kann ich am besten mich informieren? Was sind die Quellen? Ja, da empfehle ich die Webseite kulturgutschutzdeutschland.de. Dort finden sich alle wichtigen Informationen dazu. Also, wenn Sie beispielsweise Fragen dazu haben, wie läuft das überhaupt mit Ausfuhrgenehmigungen, benötige ich eine Ausfuhrgenehmigung für das Kulturgut, das Sie möglicherweise ausführen möchten. Dort gibt es Informationen darüber, über die Wertgrenzen, über die Altersgrenzen beispielsweise. Aber darüber hinaus können Sie beispielsweise auch Ausfuhrgenehmigungen direkt herunterladen. Sie finden die Ansprechpartner entsprechend in den Behörden, natürlich nicht nur für Niedersachsen, sondern für ganz Deutschland, für die ganzen Bundesländer, wenn Sie in einem anderen Bundesland beispielsweise diese Genehmigung gebrauchen. Darüber hinaus haben wir auch dort eine Datenbank national wertvolles Kulturgutes. Dort kann man nachschauen, wenn Sie interessiert daran sind, was sind das überhaupt für Objekte? Was sind das für Kulturgüter, die in den Datenbanken drinstehen? Das betrifft übrigens nicht nur Deutschland, sondern Sie können das für die ganzen Bundesländer, Sie können es aber auch international nachfassen, wie sieht das im Ausland aus? Was sind das für Objekte, die möglicherweise interessant sind, die besonders wertvoll sind? Die können Sie dort entsprechend auch recherchieren. Darüber hinaus sind auch die ganzen rechtlichen Bedingungen und Rahmenbedingungen, kann man dort entsprechend auch sich darüber informieren, wie das nicht nur in Deutschland aussieht, sondern auch im europäischen oder im internationalen Raum, welche Gesetze es gibt, welche Vorschriften einzuhalten sind, welche Ansprechpartner es sind. Also es ist für alle Interessierten, am Kulturgutschutz Interessierten, ist es eine wirklich optimale Plattform, um dort alle nötigen Informationen auch mit Querverweisen zu erhalten. Was ja vielleicht auch deshalb nicht schlecht ist, wenn ich mal ins Ausland fahre und etwas mitnehmen möchte, noch mal zu gucken, darf ich das überhaupt mitnehmen? Richtig, genau. Was sind das für Objekte, welche Kategorien fallen darunter, was darf ich, was darf ich nicht entsprechend? Wie gesagt, welche Alterswertgrenzen gibt es da überhaupt? Dort kann ich mich informieren mit verlässlichen Informationen. Aber ich darf mich auch an Sie wenden. Wir stehen jederzeit als Ansprechpartner da. Das ist ganz wichtig, dass die Experten für den Kulturgutschutz in den Bundesländern dort vermerkt sind, und zwar genau aufgeführt nach den jeweiligen Arbeitsbereichen. Also sowohl beispielsweise für Archivgut, das hatten wir vorhin angesprochen, wer ist dafür zuständig, wer ist für die übrigen Ausführgenehmigungen zuständig, also hier im NLD wir beispielsweise. Da sind wir alle angegeben mit den Adressen, mit den Telefonnummern. Dort sind wir jederzeit zu erreichen und im Übrigen stehen wir jederzeit für Informationen im Bereich des Kulturgutschutzes zur Verfügung. Das ist unsere Aufgabe. Super. Super.